Es gibt viele Menschen, die Hilfe benötigen. Gleichzeitig gibt es auch viele Menschen, die anderen helfen möchten. Online-Spendenportale gibt es viele. Leider sind diese oft zeitaufwendig oder teuer. Vor diesem Hintergrund hat die Bank für Kirche und Diakonie ein Spendenportal entwickelt, das einfach zu bedienen und zugleich kostengünstig ist. KD Online-Spende ist ein Angebot für kleine bis mittelgroße Organisationen, die Online-Spenden sammeln wollen. Die einzige Voraussetzung ist ein Girokonto bei der Bank für Kirche und Diakonie. Das Spendenportal ist unter dem Link www.kd-onlinespende.de aufrufbar. Auf der Startseite sind zunächst die drei Reiter Geben, Nehmen und Über uns zu finden. Alle Projekte, die bereits auf KD Online-Spende aktiv sind, finden Sie unter dem Bereich Geben. Jede Organisation kann übrigens selber entscheiden, wie viele Projekte sie auf KD Online-Spende veröffentlicht. Auch das Sammeln von allgemeinen Spenden ist möglich. Spender haben hier die Möglichkeit, nach Themenfeldern wie Gesundheit oder Bildung zu sortieren oder nach bestimmten Begriffen zu filtern. Mit einem Klick auf die Projektvorschau öffnet sich die Projektseite. Jede Organisation kann wählen, welche Zahlarten sie für Online-Spenden anbietet. Zur Auswahl stehen sie Palastschrift, PayDirect, Paypal, Mastercard und Visa. Der Spendenvorgang ist so einfach wie bezahlen im Internet. Im ersten Schritt gibt der Spender seine persönlichen Daten wie Name oder Adresse im Spendenformular ein. Natürlich sind auch Spenden ohne die Angabe von persönlichen Daten möglich. Im zweiten Schritt wählt der Spender die Zahlart aus, mit der er spenden möchte. Im letzten Schritt schließt der Spender die Zahlung ab, indem er seine Zahldaten wie IBAN oder Kreditkartennummer angibt. Unmittelbar danach wird die Organisation über den Spendeneingang per E-Mail informiert. Die Spenderdaten, die beispielsweise für die Erstellung von Spendenquittung benötigt werden, können in nur wenigen Schritten aus KD Online-Spende exportiert werden. Über den Reiter Nehmen finden Sie alle Organisationen, die über KD Online-Spende Spenden sammeln. Zur besseren Übersicht gibt es auch hier die Möglichkeit der Freitextsuche. Die Organisationsseite soll den Spendern ermöglichen, mehr über die Organisation zu erfahren. Selbstverständlich sind auch über diesen Weg alle zugehörigen Projekte zu finden. Um erfolgreich Spenden zu sammeln, reicht eine alleinige Präsenz auf KD Online-Spende jedoch nicht aus. Da die meisten Spender über die Homepage oder über Social Media Aktivitäten auf die Projekte aufmerksam werden, sollten die Organisationen auch hier aktiv werden. Hierzu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel als Post auf der Facebook-Seite, als QR-Codes auf Flyern, Plakaten oder Broschüren oder als Verlinkung in Form eines Spenden-Buttons auf der Organisations-Homepage. Möchten auch Sie erfolgreich Spenden sammeln? Registrieren Sie sich einfach und unverbindlich unter Über uns? Registrierung für Institutionen. Wir freuen uns auf Sie! You Wir freuen uns auf Sie!